Musik 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 Es ist jeden Tag dasselbe für sie, sie wollte es nie so wie ihre Mutter sein zu Hause Musik 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 Oh, den Kiezen zeigt man! Oh, den hast du so gesehen, oder was? Sehr gut! Habt ihr wart schon auf unserer Seite? Ich habe einen Newsletter bekommen, auf der Seite war ich jetzt noch nicht. Rapsoday? Ich war natürlich schon mal ab. Dann haben wir sie so gespielt. Filme mal alles, oder was wir dann alles rausklauen? Filme mal so. Filme mal die Wand und denken. Du hast schon die Playstation warm laufen lassen? Nein. Noch nicht gespielt? Nein. Ich kann ja auch nicht, weil er auch hier am Platz ist. Was ist da? Da ist doch euer Platz, der immer was sagt. Ach so. Wo warst du denn? Warst du nicht im Wohnzimmer hin? Doch, aber ich spiele hier. Aber du kannst doch spielen mit der Playstation. Kannst du aber die Playstation trotzdem anmachen? Die steht nicht im Studio, die steht da drüben, wo du Fernsehen guckst. Das weiß er ja. Das weiß ich. Ich spiele ja auch oft immer. Ach so. Dann tue es mir leid. Willst du spielen? Soll ich hier die andere aus? Ja. Dann tue ich ein Logo von dir. Hey, weißt du, scheiße, ich kam aus dem Arsch. Wieso? Weil wenn du die so wild bewegst, dann ist der Ton nicht mit ganz komplett drauf und das Bild grisselt manchmal. Bei dir stinkt es da drin nicht schon, gell? Ja, das war aber du vorher drin. Ich habe schon überlegt, was mir auf jeden Fall aus Spaß machen könnte, dann bleibt ihr wieder an uns beiden wahrscheinlich am Ende hängen dann. Ich hätte Lust, so ein kleines Video zu schneiden, was ähnlich ist wie was immer es ist. Weißt du, mit so allgemeinen Aufnahmen? Ich wünsche dir dabei, viel Spaß. Hast du, wieso ist es schwer oder was? Videos schneiden dauert halt einfach richtig viel Zeit. Wir müssen uns leider ranhalten, weil ich muss heute Abend leider noch was anderes machen, was scheiße ist. Okay. Ich finde es echt kacke. Zu Not setzen wir nur den oben, ist doch nicht schlimm. Naja, aber wie es ist, wenn du nächstes Mal auch wieder erst um 8 Milliarden Uhr kommst. Ne, nächstes Mal komme ich, weiß ich noch gar nicht wann. Wieso, aber es ist besser, wenn wir jetzt zwei auf der Kante haben. Ja, du hast recht. Ja, das stimmt. Weißt du, wie es ist, wenn wir mal ran sitzen? Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Der ist weggegangen, warum? Der Jan ist so blöd. Der CJ kommt von einer Sekunde hin. Zeig mal, ich will zwischen dir. Blatt mal, film, film die Aktion wie ich den Jungen hier. Blatt mal, film es. Da muss der Bass mal richtig Melodie machen. Ja, auf jeden Fall. Da muss ich zum Tor machen. Aboi! Sag kurz, wo du hinfährst auch. Ich fahr jetzt nach Aschaffenburg. One. Und wir sehen uns bald wieder. Nächsten Mittwoch. Was Zeit! Tschüss. Gäste. Dann muss ich mal richtig? Gäste. 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 Vielen Dank.